Hey, schön, dass du hier bist. Kommunikation ist der Schlüssel, um miteinander in Verbindung zu treten und so die Informationen zu erhalten, die du brauchst. Die Art und Weise, wie wir Fragen stellen, macht einen großen Unterschied in den Antworten. Stell dir vor, du fragst ChatGPT, bitte sag mir, wie das Wetter wird. Dieser Prompt ist ziemlich vage, oder? Jetzt stell dir vor, die Frage wäre präziser formuliert. Wie wird das Wetter in Berlin in den nächsten drei Tagen? Das klingt doch schon viel besser. Die KI weiß nun ziemlich genau, welche Informationen du suchst. Das ist, worum es beim Prompt Engineering geht. Je besser und präziser wir den Dialog mit der KI führen, umso effektiver kannst du mit ihr arbeiten. Und wo kann nun Prompt Engineering in der Versicherungsbranche stattfinden? Gerade hier gibt es einige faszinierende Möglichkeiten. Und da KI-Anwendungen auch lokal oder in einem sicheren Umfeld laufen können, klappt das alles auch im Rahmen der Datenschutzrichtlinien. Denk mal an die E-Mail-Kommunikation mit Kunden. Durch den Einsatz von präzisen Prompts können wir schnell und effizient auf Anliegen eingehen. Und was ist zum Beispiel mit der Risikoberechnung für ein großes Unternehmen im Underwriting? Hier brauchst du viele interne und externe Informationen. Da kann dir generative KI weiterhelfen. Und je besser dein Prompt, umso besser dein Bericht. Aber das ist noch nicht alles. Mit Prompt Engineering kannst du auch den Markt überblicken. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Mobilitätsmarkt und den Bedürfnissen der neuen Generation? Ein Prompt könnte lauten, wie können Versicherungsunternehmen ihre Produkte an neue Mobilitätskonzepte anpassen, um den Bedürfnissen der Gen Z gerecht zu werden. Klingt das interessant für dich? Dann habe ich großartige Neuigkeiten. In unserem Online-Kurs lernst du, was du über Prompt Engineering wissen musst. Du wirst zum Beispiel Templates erhalten und so deine Prompts auf ein neues Level heben. Melde dich jetzt für unseren Online-Kurs an. Entdecke die transformative Kraft des präzisen Prompt Engineering. Ich freue mich darauf, dich dort zu sehen. Ich freue mich darauf, dich dort zu sehen.